Warum wird mein männlicher Kollege für die gleiche Arbeit besser bezahlt als ich? Warum kann ich nicht entspannt auf Partys feiern gehen, ohne von Typen angemacht und belästigt zu werden? Warum denkt die ganze Welt über meine biologische Uhr nach? Und was ist das denn eigentlich? Warum werde ich als Pussy bezeichnet, wenn ich über meine Gefühle rede? Warum finden alle meine Professoren männlich? Wieso muss ich für Tampons und Binden die Luxussteuer zahlen? Warum erwartet eigentlich von mir nie jemand einfühlsam und fürsorglich zu sein, sondern nur groß und stark? Warum denkt mein Freund, dass es das Normalste der Welt ist, wenn ich mich allein um den Haushalt kümmere? Fragst du dich sowas auch? Am 3. Februar startet die Veranstaltungsreihe zum Frauenkampftag 2017 in Thüringen. Alle Infos unter frauenkampftag-tueringen.blocksport.de Gemeinsam für eine feministische Perspektive.